Momentan auf 18, wollt ihr mich überraschen? Na, ich bin letzter. Und das wird auch so bleiben. Nein! Nein! Warum? Ach, fiegt euch! Weggedreht, ey. Ärgerlich. Warum? Da habe ich mich noch nie weggetreten, wie ging das? Was denn? Mick hat mich gedreht. Mick hat keinen Frontflügel mehr auf. Hammel greift an. Ich fass mich vorbei, wenn er will. Hammel muss in die Box, weil er bestimmt eure Schaden hat. Schon wieder? Warum verlierst du das Auto hier? Gleiche Stelle wie... Warum verliere ich noch das Auto? Ich habe doch noch nie das Auto verloren. Kann ich dir auch nicht beantworten. Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade nicht. inander. Ich brauche gleich angreifen. Ich brauche gleich Magnus noch angreifen. Warum auch immer. Hat Probleme. Vier Probleme mit Reifen. Da wird gleich mal das DRS. Aber so soll es schneller. raus reifen sind noch kalt also noch kalt berührung nochmal ist ja wie beim bobby safety car wie heißt und das gut ja 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 das war brenzlig wo ich sagen ja ich halte mich raus hier du gemacht der pari liegt an der wand bist du raus der war in der lager der wahl da ich bin raus ich habe zu spät gebremst ach man und albon und jetzt noch ich habe geweckt hat mich jetzt also willst du hin hast du eine meise kärle ist ja in der box ja du hast die bande gedrückt jetzt aggressiv sind die verteidigen alles klar aus war einer wurde habe ich nicht gesehen sorry ja gut von zehn gestartet sehen da immer noch warum warum trete ich das wieder einer also ist das denn ja ich bin zeit schaffe weil der mich haben der gesamt ist denn das man hat eh kein vorn flüge man geht vorbei ist doch was für eine scheiße er dreht sich halt ist so klar ich muss halt wahrscheinlich nach innen weg gehen will aber ja die richtung weg was ist passiert das war heftig bist du okay die idioten von dienen das ist der wahnsinn der ersten schwein gehabt ja könnte ich mich ein aber junger 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 war neben dir junger 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 ist das noch vollkommen eingekütt ich habe den schaden nicht an was ist denn mit ihm weg ist er raus sorry das wollte ich nicht selber mal da böse entschuldigung wechsel aber kein vorn flügel war die rache junger jetzt war keine absicht was denn mit dir bist ein vogel das war garantiert mit absicht vincent alles gut bei dir ja es gibt soweit bei dir von mir auch er hat mich etwas anders was klang gerade anders wenn jemand diese seite reingefahren ja ich bin eben reingefahren ohne absicht weil es spät gebremst haben und der hat mir halt volle gute mit absicht reingefahren die hätte ich auch so gemacht ja gar nichts dafür dass ich kann also